Wenn jetzt Menschen am Mond wären, könnte man die mit dem Teleskop sehen? Also wenn man am Mond steht, merkt man dann, dass der leuchtet? Das ist ja ein Riesenkrater. Genau, wie so Poren. Ist auch ein kostspieliges Hobby, ne? Ja, alles sowas mit Optik zu tun hat, ist halt zautheuer. Ja, du sagst es.